Und dieser Lauf um die Welt, muss man sagen, das ist ja eine große Sache der Völkerverständigung auch. Und zwar auf so eine private Initiative hin, das ist so viel Engagement und Courage hat unser Land sehr nötig. Herzlichen Dank, dass Sie das machen. Das tun Sie nicht nur für sich, sondern auch für die anderen Leute hier. Also herzlich willkommen bei uns an der Nikolai Kirch.